So, ich begrüße nochmal Dr. Dirk Schreckenbach. Wir hatten ihn ja im letzten Video, 181. Ich blende den Titel gerade nochmal da, 181, was Zähne bedeuten für den Körper und wie das aus der Sicht des Zahnarztes ist und wie der Zahnarzt da drauf schaut und welche Erfahrungen er hat. Und jetzt gehen wir zu einem ganz besonderen Thema. Und ich hatte im letzten Film schon angekündigt, dass er in der Patientenzeitschrift, die sieht übrigens so aus, eine Patientenzeitschrift, die einmal im Quartal erscheint, akupunktur.de, akupunktur.de ist hier, akupunktur.de und dort auf Patienten gehen, akupunktur minus Patienten in der oberen Leiste und von dort in die Bibliothek beziehungsweise Patientenzeitschrift. Und er hat mir dort einen ganz großen Artikel geliefert. Ihr seht schon dieses Bild hier. Was hat das mit Emotionen zu tun? Die Überschrift dieses Artikels heißt Zahngeflüster, was Zähne über ihre Gefühle sagen. Ach Dirk, du schreibst immer noch in der Sie-Form. Wie angenehm. Jeder duzt mich. Äh, Ikea duzt mich. Und weißt du was? Dogcheck, meine Lieblingsplattform. Dogcheck, die Fachplattform, die duzt mich. Was du über Vaginalmipose wissen musst. Und was du dann machst, ey Leute, seid ihr noch ganz dicht? Ich kenne dich überhaupt nicht. Und du, du, was rege ich mich auf? Ich rege mich nicht mehr auf. Sie machen einfach mit. Sie machen da mit. Und sie werden irgendwann wieder zu Verstand kommen. Und dann verlange ich nicht, dass ich sie sagen, sondern euer Exzellenz. Du verstehst. Da würde ich einen Ausgleich haben für das alles. Du hast behauptet, du behauptest, Zähne haben mit Emotionen zu tun. Und jetzt, Dr. Dirk Schreckenbach muss ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Er ist wirklich weltberühmt. Die Leute kommen von überall her zu ihm. Er ist in der ganzen Welt unterwegs. Seinen Werdegang hört ihr im Film 181, wo er sich auch selber ausführlich vorstellt. Ich kam zu ihm. Er war Zahnarzt in unserer Ärztegemeinschaft und in unserer speziellen Ärztegemeinschaft für besondere Therapiemethoden. Da war er auch Mitglied. Und er war etwa nur 30 Minuten von uns weg. Er ist jetzt leider nicht mehr da. Denn ist er in der ganzen Welt unterwegs und wird wahrscheinlich demnächst in Dubai arbeiten. Vielleicht aber auch in den USA und woanders. Kommt aber immer wieder zu seinen Fortbildungen für deutsche Ärzte zurück nach Deutschland. Das war das letzte Mal auch so. In Baden-Baden habe ich ihn getroffen. Da ist er gerade mal eben, hat er Chicago unterbrochen, was für ihn wichtig gewesen wäre und wofür er auch schon viel Geld bezahlt hat, damit er deutsche Ärzte unterrichtet. Und das hat mir wirklich gut gefallen. So, und Dirk Schreckenbach, ich betreue diese Akkupunkturzeitschrift und ich habe mir überlegt, für die letzte Zeitschrift, ich sauge mal, da betreue ich die Akkupunkturzeitschrift. Ich hoffe, man sieht mich ausreichend hier, da, da. Ich bin da der Chefredakteur quasi für diese acht Seiten. Und in dieser Patientenzeitschrift hatte ich mir überlegt, das Thema Zahn ist so wichtig, weil jeder auch betroffen ist. Jeder war ja schon mal beim Zahnarzt. Zahnarzt und dass dieser Film 166, was Zähne dir antun, dass der in drei Tagen 10.000 Aufrufe hatte, das hat mir gezeigt, okay, dieses Thema muss ich verfolgen und dazu muss ich jetzt einfach die Spezialisten dazuholen. Dirk, du hast behauptet, und das habe ich ja als Artikel schon von dir vorliegen und ich fand dich so spannend, du hast gesagt, Zähne und Emotionen haben miteinander zu tun und nicht nur das. Du hast behauptet, dass ich durch Emotionen Zähne in der Stellung verändern können. Und das fand ich so super spannend. Kannst du bitte mal sagen, wie du dazu kamst? Jawohl. Zunächst einmal möchte ich ein Bild mit euch teilen, mit Ihnen allen teilen. Und zwar ist das von einem Physiker, denn die Physiker sind manchmal viel weiter wie wir Zahnärzte und wie wir Ärzte. Und zwar ist es so, dass der Atomphysiker Rubia 1984 dafür den Nobelpreis bekommen hat, denn er hat festgestellt, dass eine Milliarde Energieeinheiten notwendig sind, um eine Einheit an Masse, an Materie zu bilden. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir uns mit der Materie, sprich Zähne, sprich Mensch, Organe, also was wir anfassen können, beschäftigen, dann beschäftigen wir uns in Wirklichkeit nur mit einem Milliardsten Teil unserer Wirklichkeit. Das heißt also, diese Energieeinheit ist ja nichts anderes wie Schwingung. Und ja, Emotionen sind auch Schwingung. Und was Zähne mit uns alles auslösen können, das habe ich mal in diesem Bild gezeigt. Das ist jetzt ein bisschen männerlastig. Ich bitte um Verständnis. Ja, also. Ja, also. Wenn ich da jetzt also so eine schöne junge Frau sehe, dann frage ich mich halt, Kuss gefällig ja oder nein. Das wird sich aber direkt ändern, wenn ich diese Frau dann zum Beispiel so darstelle. Ja, also das heißt, wenn mich jemand anlacht mit solchen Zähnen, dann habe ich da schon eine ganz andere Beziehung dazu. Und auch, man sieht also, was Zähne auch beim Gegenüber alles auslösen können an Emotionen. Und insofern ist das ein wichtiges Thema. Nun ist es so, dass die Emotion ja ein Gefühl ist, aber auch natürlich in unserem Körper irgendetwas abläuft. Und derjenige Nerv, der dafür zuständig ist, den kennen mit Sicherheit viele Zuhörer und Zuschauer. Das ist der Trigeminus-Nerv. Ja, alle haben schon mal von Trigeminus-Neuralgie gehört. Niemand möchte sie gerne haben. Das ist auch gut so, denn sie ist wirklich schweinemäßig, tut schweinemäßig weh. Und dieser Trigeminus ist einer von unseren zwölf Hirnnerven, die wir haben. Und er ist der, und jetzt kommt er, das ist der einzige Hirnnerv, der auch Verbindungen zu allen anderen Hirnnerven hat. Und zwar gibt es ein schönes Buch, will ich jetzt nicht erwähnen, können wir dann bei meinem Fach ein Publikum machen. Auf jeden Fall bekommt dieser Nerv alle sensorischen Informationen von den Organen, die von den Organen ans Gehirn gemeldet werden. Ich fühle mich nicht gut, ich habe Magenschmerzen. Ja, dadalabsa, also der Magen meldet an das Gehirn. Ich habe da ein Riesenproblem. Und diese Informationen werden auch an den Trigeminus weitergeleitet. Und da wir ja im vorherigen Video schon gehört haben, dass Zähne und Organe, beziehungsweise über Meridiane miteinander verbunden sind, Zähne und Organe, ist es klar, dass jetzt, wenn diese Informationen über die Nerven, über den Trigeminus an den Zahn geliefert werden, dass durchaus beide Möglichkeiten machbar sind. Also einmal kann ein erkranktes Organ den Zahn stören oder den Zahn informieren. Mal achten auf das Wort informieren. Und auf der anderen Seite kann natürlich ein Zahn, der erkrankt ist, über den Weg des Trigeminus wieder zurückschalten auf ein Organ. Insofern haben wir immer beide Wege. Außer wenn der Zahn wurzelbehandelt ist, dann ist ein Weg gekappt, denn Toter wie Tod kann ein Zahn nicht sein. Das heißt also, der kann dann noch... Ich finde es so spannend, würdest du diesen Zusammenhang bitte noch einmal langsam zum Mitdenken sagen. Trigeminus auf die eine Seite informieren und dann Organe und andersrum. Bitte sag das nochmal, das war relativ schnell und ich würde es auch gerne nochmal hören. Also das sympathische Nervensystem. Wir haben ja verschiedene Nervensysteme in uns. Wir haben einmal das sympathische Nervensystem, das ist das bewusste Nervensystem, beziehungsweise ist auch ein Teil natürlich unbewusst und wir haben das parasympathische Nervensystem. Und der Trigeminus, der Nerv, der auch die Zähne mit Gefühl versorgt oder mit Informationen versorgt, der ist gekoppelt an dieses sympathische Nervensystem. Das heißt, alle Informationen, die von Organen Richtung Gehirn geleitet werden, kriegt der Trigeminus mit. Das heißt also, er nimmt diese Informationen auf. Und da er sowohl Informationen von den Zähnen zum Gehirn leitet, kann er natürlich auch Informationen, die er bekommt, an die Zähne weiterleiten. Und insofern gibt es immer beide Wege. Also einmal ist das Organ eventuell schuld an einem Zahnverfall oder aber ein erkrankter Zahn ist schuld an einem Organverfall, also einer Organkrankheit. Und das ist bei den Emotionen, hört er bei den Emotionen nicht auf. Das heißt also, wenn jemand emotionell stark involviert ist, das heißt also zum Beispiel, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen. Der deutsche Volksmund hat psychosomatische Medizin par excellence. Das ist also unfassbar, wie der deutsche Volksmund das kapiert hat. Oder das schlägt mir auf den Magen. Oder das nehme ich mir zu Herzen. Oder er trägt oder sie trägt ein Herz auf der Zunge. Oder ich bin ein Schisser. Oder ich kann nicht loslassen. All diese Geschichten, alle emotionellen Geschichten sind ja Emotionen, die, wie wir gerade gesehen haben, ein Teil dieser Milliardstel Energieeinheiten sind, die an unseren Körper weitergeleitet werden. Und insofern nimmt diese Energieeinheit der Trigeminus auf und leitet die an die Zähne weiter. Dazu mal ein kleines Bild oder eine bessere Erklärung. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das hier ist pure Harmonie. Ja, das heißt also, das ist, wenn die Schneidezähne, die großen Schneidezähne links und rechts oben perfekt zusammenstehen. Da kommt jetzt schon die erste Erklärung dazu. Ist auch in meinem Buch drin. Zahn geflüstert. Da zeige ich nachher noch mal der rechte Zahn. Jetzt hier auf dem Bild natürlich der linke, da wo Vater steht. Der ist dem männlichen Prinzip zugeordnet. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, ist das dem Mutter- oder dem weiblichen Prinzip zugeordnet. In der chinesischen Medizin haben wir immer rechts und links. In der deutschen Medizin auch. Aber in der chinesischen Medizin steht die rechte Seite für die männliche Seite und die linke Seite für die weibliche Seite. Das ist soweit, glaube ich, zu verstehen. Wenn ich aber jetzt so etwas habe, wie dieses hier, dann habe ich auf einmal eine Diskrepanz. Ja, das heißt also, ich sehe, da ist was nicht in Ordnung. Da gehen Zähne auseinander. Und ist das zu sehen oder sieht man das nicht? Wunderbar. Gut. Und da ist eben halt so, dass meine Erfahrung ist, ich mache ja nun auch schon seit vielen, vielen Jahren Zahnspangenbehandlung. Also ich mache das mit Kindern. Ich mache es mal ein bisschen größer. Vielleicht ist es dann besser zu sehen. Wenn Kinder so eine Spalte zwischen den beiden Zähnen haben, man sagt dazu Diastema im Fachjargon, dann ist es so, dass eventuell dahinter steht eine Trennungsproblematik zwischen Vater und Mutter. Es kann aber auch sein, dass da eine Trennungsproblematik oder eine emotionelle Problematik ist mit irgendeinem Geschwisterteil. Ja, ob es Schwester ist oder Bruder ist, es kann auch der Opa sein, es kann der Onkel sein. Also jemand, zu dem diese Person eine sehr intensive emotionale Bindung hat, die kann dafür sorgen, dass diese Lücke entsteht. Das wären natürlich die Kollegen, die zuschauen, kommen und sagen, ja Quatsch, das ist ja nur das Lippenbändchen, was da oben dran sitzt, was die Zähne auseinander bringen. Ja, das kann natürlich auch sein. Es gibt also auch mechanische Komponenten, die das sind. Aber wir reden ja jetzt heute hier in diesem Video von emotionalen Herausforderungen und das ist eben eine solche emotionale Herausforderung. Und bei Kindern, wo diese Spalte war, also diese Lücke zwischen den beiden Zähnen, war es sehr oft, wenn ich die gefragt habe, wenn die Eltern draußen waren, gibt es denn da Schwierigkeiten in der Familie? Das wurde also in über 90 Prozent der Fälle bejaht. Es ist sogar so, dass ich mal einen Vortrag gehalten habe in einem Waldorfkindergarten in Pirmasens und habe dieses Bild gezeigt und da hat sich eine Frau gemeldet in der ersten Reihe und hat gesagt, Entschuldigung, sie kann das auch damit zusammenhängen, dass Ehepaare sich richtig in der Wolle haben. Da habe ich gesagt, ja, wieso? Ja, sie haben eine Freundin, wo diese Lücke seit einigen Wochen aufgetreten ist erst. Und dann habe ich gesagt, wäre sehr froh, wenn sie mir mal sagen würden, wie das ausgeht. Und ja, dann hat sich ein halbes Jahr nichts getan. Dann kriegte ich einen Anruf aus Pirmasens. Meine Mitarbeiterin von der Anmeldung hat mich dann gerufen. Da ist diese Frau aus Pirmasens. Sie wollten doch wissen, wie es weitergegangen ist. Aber ich habe gesagt, ja, das ist interessant. Geben Sie mir mal. Und dann habe ich gesagt, und wie ist es gelaufen? Dann hat sie gesagt, ungefähr fünf Wochen nach ihrem Vortrag haben die beiden sich geschieden. Also es kam zur Scheidung. Die wurde auch relativ schnell vollzogen, weil irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was dahinter stand, ist egal. Auf jeden Fall innerhalb von zwei Monaten nach der Scheidung sind diese beiden Zähne, die jetzt erst mal in Trennung waren, bei dieser Frau wieder zusammengerückt in die richtige Position. Also ohne Kieferorthopädisches, also ohne Zahnespange, sondern einfach nur durch die normalisierte Emotion sind die Zähne wieder zusammengegangen. Ein anderes Beispiel aus dem ehemaligen Freundeskreis von uns. Wir haben Freunde gehabt, die haben zwei Kinder adoptiert, aus Rumänien, aus dem Waisenhaus. Und der Junge war sehr jung, als er zu ihnen kam und hatte ein Heimsyndrom. Heimsyndrom sind diese Kinder, die dann, wenn sie am kleinen Bettchen sind, die Stange festhalten und mit dem Kopf immer entweder vor die Stange oder immer vor und zurück gehen. Man sieht das auch bei den Tieren im Zoo. Sehr, sehr übel. Das hat sich relativ schnell gemacht, aber der Junge hatte eine Vielmose. Wer nicht weiß, was das ist, das ist eine verengte Penisvorhaut. Und die Kinderärztin hat gemeint, die Mutter, also die Ziehmutter soll mal versuchen, das mechanisch zu lösen. Das ging aber nicht. Das hat dem Kleinen auch wehgetan. Also stand eine Operation an. Ich habe leider von dieser Situation keine Bilder, weil damals waren wir noch nicht so weit. Auf jeden Fall ruft mich die Rita an und sagt, du, nicht wegen dieser Geschichte, der hat sie mir erst später erzählt. Du, bei mir bewegt sich der rechte kleine Schneidezahn. Der bewegt sich nach vorne und dreht sich. Was kann denn das sein? Und dann habe ich sie gefragt. Ich sage, hast du Stress mit dem Bernhard? Das ist ihr Ehemann. Wie sagt sie? Nee, wieso soll ich Stress haben mit dem Bernhard? Ich sage, der kleine Schneidezahn, wir haben ja gerade gelernt, der große Schneidezahn ist der Vater oder der Mann. Linke Schneidezahn, der große ist die Mutter oder die Frau. Und der rechte kleine Schneidezahn, der Schneidezahn daneben, der stellt die Emotion dar, die ich oder diese Person zu diesem Archetyp, also zu Mann oder Frau hat. Und da es die rechte Seite bei ihr war, habe ich gesagt, hast du Stress mit deinem Mann? Das war jetzt mal der erste Archetyp, der mir eingefallen ist. Und da sagt sie, nee, da haben wir keinen Stress. Ich sage, aber überleg doch mal, du musst irgendeinen emotionellen Stress haben, der mit einem männlichen Energie zu tun hat. Und dann erzählte sie mir die Geschichte von ihrem Sohn. Und dann habe ich gesagt, ich würde mal sagen, das ist es. Okay, sie hat dann diese Fimose-Operation machen lassen. Die ging sehr schön und sehr schnell über sich. Der Kleiner hat überhaupt keinen Stress damit gehabt. Zehn Minuten war die Sache erledigt. Innerhalb von vier Wochen ist der Zahn bei ihr wieder an die Originalposition zurückgewandert. Also auch das ist phänomenal, was die Natur da so alles macht. Und also, wenn man das mal gesehen hat und erlebt hat, dann weiß man, dass da irgendwas dahinter steht, was noch viel wichtiger ist wie alles andere. Hier nochmal so ein Bild auch, wo ich zeige, wie diese Sachen zusammenhängen. Da kommt auch die Numerologie noch ins Spiel. Das ist wieder eine andere Betrachtungsweise. Die Nummer eins ist ja der erste Zahn, rechts oder links in der Numerologie. Die Numerologie in Nummer eins steht für die Willenskraft oder das Ego. Oben rechts, wie gesagt, Vater, Mann, Gott. Links oben, weiblicher Mutter, Frau, Göttin. Und die unteren Schneidezähne, die ist wie die Person, die diese Zähne hat, diesen Archetypus im Alltag lebt. Das heißt also, mal jetzt angenommen, jemand hat unten im Unterkiefer, also die untere Zahnreihe, diese Zähne irgendwie verkrumpelt stehen, außer der Reihe stehen, dann lebt diese Person eben halt diesen männlichen oder diesen weiblichen Archetyp, je nachdem welcher Zahn schief steht, nicht korrekt, nicht harmonisch, weil natürlich er oder sie was anderes erlebt hat. Darum, in meinem Buch beschreibe ich also jeden dieser einzelnen Zähne und ich sage es auch nochmal hier, habe ich im Artikel schon geschrieben, Niemals, ich wiederhole es nochmal ganz deutlich, Niemals ist Mann, sprich Vater oder Frau, sprich Mutter, irgendwie Schuld an etwas. Sie selber haben ja auch Eltern gehabt. Letztendlich ist Schuld Adam und Eva. Adam war der erste Mann, Eva die erste Frau, also haben wir ganz klar, die beiden sind an allem schuld. Nein, Quatsch, ist natürlich nicht so. Aber die Emotionen, die Vater und Mutter ihrem Kind weitergeben, sind ja Emotionen, die sie selber auch erlebt haben. Und insofern hat das Kind eventuell Schwierigkeiten, diese Emotionen aufzunehmen oder mit diesen Emotionen umzugehen. Dann gibt es noch ein anderes schönes Beispiel von dem Kollegen Gleditsch, der dann eben halt auch hinweist auf alle anderen Sachen. So sind meine Bilder verschwunden, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schnell gucken, wo das Bild ist. Aber wenn du eine Frage zwischendrin stellen willst, dann tu das mal. Ist dir auch schon mal voruntergekommen, dass starke Emotionen dazu führen, dass ein Zahn beschädigt wird, also dass der dann wurzelbehandelt werden muss? Ja, ich hatte also einen jungen Mann, der kam im Alter von 14 zu mir und hatte alle Vierer, also alle Zähne Nummero Vier, die von der Mitte aus Nummero Vier, die zum Lunge- und Dickdamm-Meridian gehört haben, hatte der kariös. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn irgendwelche Schwierigkeiten hat. Und dann hat er gesagt, nee, hat er nicht. Und dann habe ich gesagt, das kann aber nicht sein, weil Sie haben nur diese Zähne, sind nur kariös bei Ihnen, alle anderen sind kariösfrei. Was ist denn sonst noch bei Ihnen los? Und dann hat er gesagt, okay, ich habe abwechselnd seit meinem zweiten Lebensjahr Morbus Crohn und Malkulitis ulcerosa, das schwankt immer hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss aber auch einen Grund haben. Dann sagt er, wieso soll das einen Grund haben? Das ist einfach so, das ist ja eine Krankheit des Darms. Und dann kam der heraus, dass er mit seinen Eltern dermaßen Probleme hatte, dass er das nicht, jetzt kommt wieder die Psychosomatik ins Spiel, das nicht verdaut hat. Das heißt also, er hat schon im Frühkindalter etwas nicht verdaut. Und diese emotionelle Last oder dieser Dauerstress hat dazu geführt, dass nur diese vier Zähne kariös wurden. Alle anderen Zähne waren kariösfrei. Also auch da kann es durchaus sein, dass Emotionen tatsächlich in der Lage sind, Zähne zu zerstören, weil sie einfach diesen Dauerstress auf die Zähne haben und einfach die Zähne dann empfindlicher machen gegen alle möglichen anderen Sachen. So, jetzt habe ich das Bild. Das ist das Bild von dem Herrn Kleditsch. Hier wird nochmal sehr schön beschrieben am Niere-Blase-Meridian, zu dem diese beiden Schneidezähne gehören, was alles dazu gehört. Ja, da sieht man also auch, welche Zungenabteilung, welche Fuß-Akupunkturpunkte, welche Lendenwirbelsäule, welche Sakralwirbelabschnitte dazugehören. Das Ohr ist übrigens das Sinnesorgan dieses Meridians. Das Ohr ist eine auf dem Kopf stehende Embryo, wenn man es mal so schematisch darstellt. Also alles das sind Sachen, die so ein ganzheitlicher Zahnarzt, wenn er eben halt das Ganze betrachtet, mit durch sein Gehirn geht, wenn er jemanden sieht, der schiefstehende Zähne hat und der eben halt wissen will, warum stehen meine Zähne schief und was hat das eventuell mit meinen Emotionen zu tun? Ja. Fragen? Okay. Was mich absolut erstaunt ist, dass ich jetzt erst, dass ich jetzt erst verstehe, das habe ich vorher nicht gewusst, was du gesagt hast, sodass ich davon ausgehe, dass die Zuschauer es auch nicht wissen, dass ich jetzt erst verstehe, dass der Trigeminus der ist, der die ganzen Informationen vom Organ zum Zahn oder auch vom Zahn zum Organ trägt oder auch vom Zahn zum Gehirn trägt. Das würde erklären, warum die Leber zum Beispiel, wenn sie in Schwäche ist, dass sie den Sechser kaputt macht. Wir wissen ja, dass wenn wir ein Röntgenbild haben, so ein Übersichtsbild und du siehst, der Sechser, ein Sechs Wurzel behandelt, zwei Sechs fehlt, drei Sechs Wurzel behandelt, vier Sechs fehlt, dass sie die Frage dann automatisch, würde ich stellen, hatten sie viel Ärger? Haben sie viel Alkohol getrunken oder haben sie die Pille genommen? Es geht ja alles auf die Leber. Ja, der Lebermeridian läuft da durch, aber dass es eine echte Nervenverbindung gibt, das finde ich unglaublich. Ja, das ist definitiv so. Ich meine, der Trigeminus innerviert, also versorgt ja nicht nur die Zähne, er versorgt auch kleine Muskulatur in der Halswirbelsäule, er versorgt auch Teile der Zungenmuskulatur, er versorgt Teile der Augen. Ja, und insofern ist alles das, also ich habe eine Ausbildung auch, kurze Abschweifung, aber egal. Ausbildung als Posturologe, hat mit Urologie nichts zu tun, kommt aus dem französischen Postür die Haltung, nur für diejenigen, die es nicht wissen, was das ist. Da hatten wir im ersten Kurs, das war schon mal phänomenal, im zweiten Kurs durften wir dann Problempatienten mitbringen und ein Kollege hat eine Frau mitgebracht, die seit, ich glaube, keine Ahnung, einem Jahr über Schulter, Probleme gesprochen hat und sie war bei jeder Koryphäe in Deutschland, keiner konnte ihr helfen. Und dann hat der Bricot, das ist unser Ausbilder gewesen, hat dann gesagt, wie lange haben Sie Ihre Brille? Und da sagte die Frau, naja, also so drei Jahre, geben Sie mir mal die Brille her. Dann hat er auf dem Flipchart eine große, gerade, geraden Strich gemalt und hat die Brille über diesen Strich gehalten und man sah, das kennt ihr oder kennen Sie, wenn Sie ein Stöckchen in ein Schwimmbecken reinhalten, ins Wasser, dann sieht das so aus, wie wenn der Stock gebrochen wäre. Also Sven, da gibt es einen kleinen Absatz. Und genau das war zu sehen, als das Brillenglas von dem einen Auge über diesen Strich gegangen ist. Das heißt also, das optische Zentrum des einen Brillenglases war vom Optiker falsch gesetzt. Er hat zu ihr gesagt, lassen Sie erst mal die Brille korrigieren und dann, wenn das nicht funktioniert, dann kommen Sie beim nächsten Mal noch mal wieder. Wir waren erst mal alle total sprachlos. Dann berichtete der Kollege am nächsten Wochenende drauf, die Frau sei am Montag direkt zum Optiker gegangen. Der Optiker hat das bestätigt. Er hat zugegeben. Was heißt zugegeben? Er hat gesagt, jawohl, das optische Zentrum stimmt nicht. Er hat die Brille korrigiert. Das ging relativ schnell. Er hatte nämlich noch ein Ersatzpaar Gläser da, die mussten nur anders geschliffen werden. Keine Ahnung, wie das die Optiker machen, aber ist ja auch egal. Am Folgetag war die Frau schon schulterschmerzfrei und das ist auch so geblieben. Und dann haben wir gesagt, wie geht das denn jetzt alles? Und dann hat er das erklärt. Hat jetzt mit den Zähnen nichts zu tun, aber einfach auch mit dem Trigeminus. Weil der Trigeminus, einer der Nerven ist, wir haben ja sechs Muskulatur an den Augen. Zwei machen die Augen nach links und rechts, zwei nach oben und nach unten und zwei Muskeln können das Auge im Augenfach drehen. Und viel wichtiger ist aber, dass der Trigeminus-Nerv die Schleimhäute des Auges auch innerviert und versorgt, sodass Fehlstellungen des Auges bedingt durch die falsche Brille zu Informationen führen, die an den Trigeminus gehen. Und dieser Trigeminus geht natürlich dann auch auf die Zähne. Und erstaunlicherweise war bei dieser Frau dann, das haben wir dann gefragt, wir waren zu zweit da, ein Kollege von mir war auch noch dabei, auch ein Zahnarzt, wir haben dann gefragt, ob an dem Eckzahn denn irgendwelche Störungen zu sehen sind. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe an dem einen Zahn auf der einen Seite eine Schlifffacette, also so einen abgeschliffenen Zahn. Man konnte aber nicht nachvollziehen, warum das so ist, weil der Zusammenbiss der Zähne, der war vollkommen in Ordnung. Und das ist natürlich auch wieder identisch. Also diese Information vom fehlstehenden Auge ist über den Trigeminus auf den Zahn gegangen und das System hat diesen Zahn einfach abgeschrubbt, aus welchen Gründen auch immer. Also es war irgendwie eine Entlastung für das System. Und so muss man das auch sehen bei der Zahnfehlstellung. Scheinbar wird dann eben halt auch über Muskelverbindungen diese Fehlstellung der Zähne hervorgerufen, weil die Zunge, die ja auch teilweise vom Trigeminus innerviert wird, also versorgt wird, die drückt dann auch entsprechend gegen die Zähne und die Zähne weichen einfach aus. Der Klügere gibt nach. Und insofern ist das eine wunderbare Sache. Ja, bitte. Herr Lehrer, ich weiß was, ich habe eine Frage. Bitte. Ich finde es so toll, dass du die Dinge, die da passieren, die sind auch immer nicht mystisch, sondern sie haben tatsächlich ein anatomisches Korrelat. Anatomisches Korrelat heißt für uns, da ist ein Nerv, der macht was und der richtet an einen Muskel und der macht auch was und dann schieben sich Zähne auseinander. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang, zu dem Fall, wo die Zähne auseinandergeschoben sind. Ich habe schon gleich geguckt auf meine kleinen Eckzähne, auf die vielleicht irgendwas haben könnten. Ah ja, mit meinem Mann und mir scheint alles in Ordnung zu sein. Da mache ich mir immer so einen Filter davor, weil ich Filme mache. Aber wie erklärst du denn, ich meine, durch diese genialen Zusammenhänge, Trigeminus und so weiter, wie erklärst du denn, dass zwei Zähne auseinandergehen? Hast du da eine Idee? Ja, ich denke mir, das wird tatsächlich von der Zunge mitgesteuert. Aber auch natürlich von der Energie, die diese beiden Zähne bekommen. Sie weichen einfach auseinander, weil diese Emotion der Trennung, diese, ich kann es nicht genau erklären, definitiv nicht. Aber es ist jedes Mal, ist auch eine Erklärung. Aber jedes Mal, wenn ich Menschen, die diese Problematik haben und wo ich sehe, dass das Zungenbändchen oder das Lippenbändchen, nicht das Zungenbändchen, das ist ja weiter unten, also das Lippenbändchen, der Oberlippe, nicht so weit runterragt, dass diese Trennung auch entstehen kann, also ein mechanisches Problem hat, kriege ich die Antwort von den Patienten, jawohl, ich gebe das, was heißt zugeben, jawohl, ich habe da einen emotionellen Stress im Augenblick mit einer Trennungsproblematik zu meiner Oma, die ist gerade gestorben, oder zu meinem Onkel, mit dem ich sehr intensive Verbindungen habe, weil der teilweise mich erzogen hat oder was auch immer. Also jedes Mal wurde das bestätigt. Wie genau das nur abläuft, ich kann es jetzt nur erklären mit dem, was ich gerade erzählt habe, aber ganz genau weiß ich es nicht. Ich würde mal gerne was Heikles fragen und ich merke gerade, ich lerne hier so viel von dir, auch wo ich denke schon, ich weiß viel. Ein Schlüssel übrigens, um zu lernen ist, dass man immer ein wenig Platz lässt in dem Eimer, den man mit Wissen angefüllt hat und es für möglich hält, dass man selbst noch unterrichtbar ist, also dass da noch Luft nach oben ist. Die heikle Frage ist deshalb heikel, weil ich habe Freunde und die sind schwarz. Darf ich es ja heute nicht sagen. Sie haben dunkle Haut und es sind wunderschöne Menschen und sie haben alle diese Lücke hier und wenn die einen anlachen, das strahlt pure Freude aus und sie haben es einfach alle. Also Mutter hat es, Vater hat es und es sind, ich glaube, die Ur-Ur-Ur-Vorfahren kommen irgendwo aus Afrika. Aber sie hatten auch einen Umweg, sie wissen das, sie haben einen Umweg gemacht über Kuba und jetzt fällt mir ein, in Kuba war ich und da habe ich die ganz oft gesehen und die kubanischen, dunkelhäutigen Menschen sind ja leider, das ist ja das Schreckliche, sie sind getauscht worden gegen Zucker und als Sklaven nach Kuba gebracht. Jetzt gebe ich dir das einfach mal so hin, das ist mein Gedankengang. Könnte es sein, dass eine, also das berührt mich jetzt gerade sehr, dass eine Trennung im Vorfahrenbereich, die mussten ihr Land verlassen, die haben ihre Familien verloren. Ja. Dann standen die, ich war in Santiago de Cuba, wo diese große Sklavenverkaufstreppe ist und ich stand davor und ich hatte Gänsehaut bis runter, da war dieser Sklavenmarkt und die jungen Frauen und jungen Männer hatten dann solche Ketten um den Hals. Die haben ja alle Beziehungen und Verbindungen verloren. und wenn wir fertig sind, geh mal ins Internet und such mal kubanische Staatsbürger. Die haben ganz oft diese Lücke und möglicherweise durch das Interview, was wir machen, machen wir darauf aufmerksam, dass auch ein schlimmes Trennungsereignis im Vorfahrenbereich einfach dazu führen kann, dass es weiter vererbt wird, epigenetisch und dass das dann ein Zeichen dafür ist, was sie mal erlebt haben. Also wenn man sich mit der spirituellen Medizin auseinandersetzt, was ich auch schon gemacht habe, das ist wirklich spannend und wir sehen einfach, dass uns ist auch nachgewiesen durch Dokumentationen, die es definitiv gibt, dass bis zur siebten Generation zurück diese Störungen weitergegeben werden, bis in unsere heutige Zeit, also sieben Generationen zurück und ich meine, wenn man das mal ausrechnet, gehen wir mal davon aus, dass sie vielleicht zwischen 50 und 70 Jahre alt werden, dann kann man ungefähr zurückrechnen, dass wir genau in diese Sklavenzeit kommen und die Trennung von zu Hause, die Trennung von den Eltern, die Trennung von der Familie, das alles führt natürlich dazu, dass diese Zellen auseinanderdriften können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt natürlich auch, man muss nicht immer gleich das Schlimmste annehmen, es gibt auch natürliche Gründe. Ja, gerade die, ich sage mal, um es auch zu im Schreiben, so wie du es gemacht hast, die maximal pigmentierten Menschen, ja, man darf das ja nicht mehr sagen, das böse Wort, haben in der Regel, wenn du also Leute siehst, die aus Afrika kommen und dann noch leben, dann haben die in der Regel Zähne wie Perlen, es sei denn, sie sind in Kontakt mit süßen Sachen gekommen und sie haben sehr, sehr schöne, weite und breite Kiefer, weil sie einfach ihr Leben ausleben können. Das ist also alles noch da. Während hier in Europa haben wir immer mehr Leute, wo die Weisheitszähne entfernt werden müssen, weil wir einfach nicht mehr genug Platz haben, weil wir diese Ellbogengesellschaft haben. Ja, wir rücken immer mehr zusammen, es wird alles dichter, wir machen den Mund kaum noch auf und insofern fehlt dann, wird dann der Weisheitshahn schnell mal entfernt bei Kindern oder auch die vierten Zähne, wie bei mir übrigens auch. dazu auch eine kleine private und emotionelle Geschichte. Also als erstes Mal, als ich davon gehört habe, von diesen Verbindungen zwischen Zähnen und Psyche, da saß ich in einem Kurs vom Kollegen Born, der leider nicht mehr lebt, also zumindest mal nicht der Senior, der Junior lebt noch und er hat dann erzählt über diese Vierer, die zu tun haben mit dem Selbst und mit der Selbsterfüllung und mit der Selbstgestaltung und da liefen wir, also ich saß da in dem Hörsaal und mir liefen die Tränen, weil ich habe es überwunden, ja, weil ich meine, man sieht es ja, ich bin jetzt kreativ und aber die Kreativität früher war sehr stark eingeschränkt und das lag daran, dass man mit diesen vier Zähne entfernt hat, die waren gesund. Man hat sie nur entfernt, weil Platzmangel geherrscht hat. Aber jetzt frage ich dich und frage die Zuschauer, wenn ich eine Strecke habe von A nach B, ja, und ich weiß, dass diese Strecke im Oberkiefer 16 Zähne haben soll und im Unterkiefer auch 16 Zähne haben soll und die Strecke von A nach B ist mehr oder weniger eingeschränkt. So, jetzt ziehe ich einen Zahn raus, deswegen wird aber die Strecke von A nach B nicht größer, sondern die Strecke von A nach B bleibt die gleiche. Ich muss nur etwas entfernen, um den anderen Zähnen die Möglichkeit zu geben, da in diese Lücke hineinzuwachsen und das finde ich in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Man sollte viel lieber sehen, dass man bei den Kindern, wo man schon früh erkennt, dass es einen Engstand gibt, dass man da schon sehr, sehr früh anfängt mit der Spangenbehandlung. Da gibt es also sehr schöne Sachen, zum Beispiel das Gerät nach Professor Balthas, ein herausnehmbares Gerät, damit man einfach... Meinst du den Bionator? Den Bionator, genau. Ja, das ist sehr spannend, dass wir darüber mal was sagen. Hast du zuerst ein Bild über den vom Bionator? Ja, nicht jetzt heute Abend dabei, nein. Okay, okay. Ich schreibe es auf, ich schreibe alles auf und du entkommst mir nicht. Ja, ich entkomme dir nicht, ist gut. Auf jeden Fall, der Bionator arbeitet eben halt, jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Mini-Vortrages, der arbeitet mit der Muskelkraft, mit der Muskelkraft der Zunge, mit der Muskelkraft der Lippen, der Wangen. Das heißt also, dem Kind wird kein Schaden zugefügt, den Zähnen auch nicht, sondern das Gerät arbeitet einfach dadurch, dass es im Mund liegt. Und durch die Bewegung der Zunge, durch die Bewegung der Lippen und Wangen wird eben halt eine Energie aufgebracht, die die Zähne, die den Zähnen so leichte Impulse gibt, doch bitte in die Richtung zu wandern, die dieses Gerät ermöglicht, weil da sind kleine Fächer eingeschliffen, wo die Zähne dann sich hinbewegen können und zwar nur in diese Richtung. Und damit haben wir wirklich sehr, sehr, sehr gute und große Erfahrungen gemacht. Und meine Mentorin, die Frau Dr. Schiffler-Bayertal aus Saarbrücken, bei der ich das lernen durfte, ja, die ist einfach genial. Die hat es wiederum von ihrem Vater und der Vater hat zusammen mit Professor Balthas diesen Bionator entwickelt und sie hat mir Fälle gezeigt, wo ich gesagt habe, nee, das kann man mit dem Bionator nicht lösen, weil ich auch nichts anderes gelernt hatte. Und da bin ich genauso wie du. Ich bin auch immer dankbar, dass ich neue Dinge wieder lernen kann, denn solange der Lernindex hoch ist, haben wir was davon, haben alle was davon. Wir haben was davon, weil wir neues Wissen bekommen und die Patienten haben was davon, weil wir dieses neue Wissen weitergeben können. Und insofern ist das alles wunderbar. Auf jeden Fall hat sie mir Fälle gezeigt, wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht. Und dann hat sie mir die Anfangsmodelle gezeigt und die Endmodelle gezeigt. Absolut phänomenal. Zugegeben, damals, als sie anfing, war die Zeit noch etwas anders. Da war der Arzt noch eine Autorität. Heute muss man ab und zu mal daran zweifeln, ob der Arzt noch die Autorität ist. Aber Tatsache ist, es funktioniert immer noch. Und da fängt man allerdings relativ früh an, also schon im Alter von sechs oder sieben, während die heutige Zahn-Kiefer-Autopädie erst dann loslegt, wenn alle bleibenden Zähne vorhanden sind, was ich für einfach rausgeschmissene Zeit halte. Weil man kann viel mehr aufbringen, dass man eben mal Raum schafft und da braucht man die Zähne nicht zu entfernen. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du eher der Kieferweitung das Wort sprechen. Und die Kieferweitung, da würde ich gerne so für die Zuschauer auch ergänzen, dass die Zunge eine ganz enorme Kraft hat. Und das sieht man an zwei Dingen. Das eine ist, man hat bei Affen, bei den armen Tieren, hat man die Front- und Unterliebe weggenommen. Und die Zungenkraft ist so stark, das konnte man dann sehen, dass innerhalb weniger Wochen die Frontsehne waagrecht standen. Einfach durch die Zunge. Weißer Wörser sehen wir ja bei den Kindern, die einen schmalen Kiefer haben. Und die haben häufig auch diese Ringe unter den Augen. Das sind die typischen Nahrungsmittelallergiker. Und die, da ist meine erste Frage dann, wie war denn das, hat das Kind mal mit offenem Mund geschlafen als Kind? Und wenn die Mutter dann sagt, ja, ja, der hatte immer den Mund auf, das wiederum hat den Grund, weil die Mandeln zu dick waren und die Mandeln waren zu dick, weil im Darm was nicht gestimmt hat. Da war schon ganz früh ein Nahrungsmittelproblem erworben worden, in der Regel erworben worden. Also Darmschlecht, Tonsille übernimmt den Platz, der Immunabwehr wird dick, das Kind kann nachts den Mund nicht mehr zumachen, muss durch den Mund atmen, weil die Nasenatmung auf diese Weise behindert ist. Und dann kann die Zunge ihre Aufgabe nicht machen. Und wenn die Zunge ihre Aufgabe nicht macht, bleibt der Kiefer schmal. Umgekehrt sehen wir dann, schmaler Kiefer, okay, müssen wir rückkoppeln. Und du sagst, es macht Sinn, den Kiefer zu weiten, dem folge ich also wirklich. Und du würdest sagen, besser nicht durch eine Spange, die von außen kommt und dran zieht an den Zähnen und festgemacht werden muss, sondern durch dieses Bionator-Teil, was aber mehr Arbeit ist für die Kinder. Sie müssen das häufig anhaben, da muss mehr Disziplin sein. Nein, du musst es auch tagsüber anhaben. Aber wer es einmal verstanden hat, das lohnt sich wirklich. Was ich gerne von dir wissen möchte ist, hast du schon mal einen Patienten gehabt, der einen Schock erlitten hat oder ein schlimmes Trauma erlitten hat? Und wie verändern die Zähne sich da? Danke für den Übergang. Da habe ich jetzt auch ein Bild, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich da so schnell drauf zugreifen kann. Ja, gibt es. Dazu aber eine kleine Geschichte, die ist auch in meinem Buch drin, Zahnengeflüster. Ich habe sie immer genannt. Dein Buch, Zahnengeflüster, jetzt. Ja, blende ich mal ein, jetzt. Moment. Zahnengeflüster, jetzt. Kann ich so nicht einblenden. Kurzer Moment, kommt gleich. Ich erzähle schon mal die Geschichte derweil. Die Geschichte heißt Die drei von der Tankstelle. So habe ich sie immer bezeichnet. Und zwar Mutter, Tochter und Hündin kamen immer zusammen. Kann man jetzt sagen, Sie haben einen Hund in Ihre Praxis gelassen. Der war nur mal kurz da und ist dann wieder raus. Und selbst wenn, alles gut. Er war ja nicht im Behandlungszimmer, er war nur im Wartezimmer. Wenn es jetzt gerade nicht gibt, ich blende es nachher dann ein, wenn du willst. Doch, es geht. Es geht. Moment, ich habe es schon aufgerufen. Ich muss es jetzt nur noch freigeben. Mein Rechner ist nicht der Jüngste, aber er funktioniert und ist bezahlt. Insofern ist doch alles gut. Da ist es. Zahnengeflüster. Die Zähne, Spiegelbild deiner Seele. Und die drei von der Tankstelle. Also Mutter und Tochter und Hündin kamen zu mir in die Praxis. Es ging um die Tochter. Sie hatte auch eine Lücke zwischen den beiden Schneidezähnen und auch einen sogenannten Kreuzbiss. Normalerweise stehen die Oberkieferbackenzähne, das sind die jetzt hier, über den Unterkieferbackenzähnen beim Zubeißen. Bei ihr war das auf einer Seite nicht so. Immer wenn ein sogenannter Kreuzbiss da ist, haben die Kinder auch eine Skoliose. Auch wichtig zu wissen und aufmerksam zuzuhören für die Eltern, die jetzt mitschauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Tochter bekam eine Spange von mir. Und die Mutter rief mich einen Tag später an und sagte zu mir, beinahe hätte ich sie zum Deuvel geschickt. Dann habe ich gesagt, wieso? Dann hat sie angefangen, ein bisschen zu schnipsen, zu schniefzen und hat gesagt, es ist Folgendes passiert. Meine Tochter hat den Bionator von ihnen bekommen und schon als wir die Tür raus sind, mit dem Bionator im Mund bei meiner Tochter, fing meine Tochter an zu weinen. Ich habe dann gefragt, tut irgendwas weh? Sollen wir nochmal umdrehen? Nein, sie hat das verneint und wir sind nach Hause gefahren. Anfahrtsweg ungefähr anderthalb Stunden. Auf dem ganzen Weg nach Hause hat die Tochter geweint. Die Mutter war in heller Aufregung. Ich drehe jetzt um. Ich fahre jetzt zurück zum Dr. Schreckenbach. Die Tochter hat wirklich mit Gewalt die Mutter davon abgehalten. Und als sie nach Hause, zu Hause ankam, war sie in der Lage, sich zu artikulieren, also zu sprechen und hat gesagt, Mama, ich weine nicht vor Schmerz, sondern vor Glück. Wow, das war für mich natürlich auch der absolute Knaller. Was war passiert? Die drei von der Tankstelle, Sie ahnen es vielleicht, oder ihr ahnt es vielleicht schon, geschiedenes, also alleinerziehende Mutter. Und das Kind hat natürlich die Trennungsproblematik überhaupt nicht richtig verdaut. Und durch den Bionator, durch den Einsatz von Bionator, kam es zu einer Lösung dieser emotionellen Blockade. Und das Kind hat geweint. Stunden. Und das Schöne kam dann, ein halbes Jahr später hat die Mutter mir berichtet, dass seitdem der Bionator im Bund ist, die schulischen Leistungen des Kindes um zwei Noten sich gebessert haben. Also auch da gab es, einfach durch diesen Spannungsabbau, hat das Kind einfach sich in allen Richtungen weiterentwickelt. Absolut faszinierend. Und ich würde gerne da noch ergänzen, aus der Traumatherapie, die ich so verstanden habe, wenn du ein seelisches Ding hast, was du nicht äußern kannst, das ist ja auch ein lebensrettender Vorgang, dass die Seele dann sagt, das verschieben wir jetzt, zum Beispiel in diesen Kreuzbiss rein, dann ist das energetisch so, als würdest du einen Wasserball versuchen, unter Wasser zu halten, einen luftgefüllten Wasserball. Und du brauchst deine ganze Kraft und du brauchst beide Hände und du kannst nichts mehr anderes tun. Das heißt, dieses Kind wurde durch die Energie, die da frei wurde, hatte sie ihre Hände wieder frei, mit anderen Worten, konnte ihr Gehirn wieder Leistung aufnehmen. Sehr schönes Bild, ja, wunderbar. Das ist eigentlich total logisch. Wenn jemand damit beschäftigt ist, etwas nur wegzutun, oder ein kleines Feuerchen im Wald, du bist dafür zuständig, dass das Jahr nicht ausbricht, und du läufst drumherum und du kannst nichts mehr anderes machen. Das ist wohl der Grund. Also die schulischen Leistungen, da wacht ja eigentlich jeder so auf, jede Zuseherin, die hier Mutter ist oder selber mal vielleicht in der Situation war, die wird hier sehr aufmerksam sein. Ja, zumal, ich meine, auch dieser Bionato ist insofern auch gut, dass er, er ist halt herausnehmbar. Du hast es schon angesprochen, ja, die Disziplin ist gefragt, gar keine Frage. Aber erstaunlicherweise, die Kinder, die spüren das. Die Eltern sagen immer, so ein klobiges Gerät für meine Kinder, kann er nicht mit sprechen. Das gibt sich innerhalb von zwei, drei Tagen. Die Kinder sind da total richtig artistisch, wie sie diesen Bionator behandeln. Aber man kann den Bionator rausnehmen, man kann die Zähne putzen. Bei den festsitzenden Spangen kann ich die Zähne zwar auch putzen, aber wir haben sehr, sehr häufig gesehen, dass bei der Abnahme von den festsitzenden Spangen kariöse Stellen da drunter waren. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt wiederum das Ganze erweitert, aber macht nichts. Der Oberkiefer besteht aus zwei Teilen. Der Schädelknochen, der Oberkieferknochen ist zweiteilig. Und wir wissen aus der, aus der Kraniosakraltherapie, das sind bestimmte Therapieformen, die sich beschäftigt mit dem Schädel und mit dem Sacrum, also mit dem Steißbein und mit der Wirbelsäule. Das wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz geklärt, aber wahrscheinlich die Bewegung der einzelnen Schädelknochen dafür zuständig ist, dass die Gehirnflüssigkeit, die wir im Kopf haben, dass die zirkuliert und bewegt wird. Wenn ich jetzt eine Bracket-Versorgung mache, also eine feste Spange im Oberkiefer, dann blockiere ich die beiden Oberkieferhälften. Und da jeder bewegliche Teil des Schädelknochens, wir haben da 24 Stück insgesamt, außer der Unterkiefer, das ist eine Knochenspange, die können sich nicht mehr so bewegen, wie sie bewegen sollen. Also auch das hat alles Auswirkungen auf den Mensch. Ich habe sehr viele Patienten gehabt im Alter zwischen 35 und 45, die über chronische Migräne, Kopfschmerzen, Kiefergelenksproblematiken gesprochen haben und die hatten alle feste Spangen. Die, die Bionatoren hatten, haben darüber nie berichtet. Also auch da aufpassen mit den Spangen. Das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema, aber... Moment mal, Dirk, hallo. Ich bin da. Das ist kein anderes Thema. Das hat ja so miteinander zu tun. Ich meine, was machen wir denn ganzheitlich? Heißt ja, zu gucken, das ist für mich auch so das Problem, wenn die Leute von vornherein beim Psychologen alleine sind und dann heißt es dann, okay, wir wollen jetzt erst mal gucken, wer schuld ist und wir sind ganz nah und wir werden jetzt intim. Wir brauchen unbedingt Psychologen, das ist gar keine Frage. Wir haben einen Vorteil gegenüber dem Psychologen, einen Vorteil, weil wir, meine Freundin, die Psychologin ist, sagte mir mal, warum erzählen die Leute immer dir gleich alles oder so viel? Das hat sie irritiert. Ich hatte ihr erzählt, dass auch die Bachblüten-Testung, dass die Leute dann mit ihren Themen so rauskommen und dann ist mir eingefallen, das liegt daran, weil Nummer eins, sie rechnen ja nicht damit. Sie rechnen bei uns ja nicht damit. Nummer zwei, wir fassen sie an und Nummer drei, bei uns ist es ein Angebot, das wird nebenher auf dem Silbertablett angeboten und sie können es nehmen, aber sie müssen es nicht nehmen. Das ist der Punkt. Ja, und es passt absolut zusammen. Ich bin dankbar, dass das Gespräch in diese Richtung geht. Das Schlimme ist ja, wenn wir nochmal wieder zurückkommen auf das ursprüngliche Thema Emotionen, wir haben in der Zahnmedizin, also war das bei mir so, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, was im Ausbildungsplan steht, und wir hatten, glaube ich, was waren das, sechs Doppelstunden Psychologie in unserem Zahnmedizinstudium und in einem Bereich, der für einen Menschen zum Intimbereich gehört. Ja, man wechselt den Zahnarzt, den Friseur und den Gynäkologen, ich glaube, ja nicht so gerne, weil man einfach zulässt, dass jemand in einem Intimbereich arbeitet und man kann sich nicht dagegen wehren. Ich sehe nicht, was in meinem Mund passiert, wenn mich jemand behandelt. Ich muss dem vertrauen oder ihr vertrauen. Genauso wie beim Gynäkologen. Und es wäre wünschenswert, ich hatte ja schon im ersten Video oder letzten Video darüber berichtet, dass verschiedene, wie soll ich sagen, Ausbildungsgruppen oder Ausbildungskataloge mit in die medizinische Ausbildung mit einfließen. Weil ihr Leute, wir behandeln Menschen, wir behandeln keine Organe. Und insofern, die Psychologie und die Emotionen ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich habe zum Beispiel als junger Zahnarzt, als ich meine Praxis eröffnet habe, war ich abends immer ziemlich fertig. Ja klar, wer mal als Zahnarzt gearbeitet hat, kann das nachvollziehen. Das ist wirklich schwere körperliche Arbeit. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Arbeit, die davon gestaltet ist, dass die meisten Patienten, die zu uns kommen, oder eigentlich fast alle, Angst haben. Und diese Angstenergie, das war jetzt mein Thema auf dem Vortrag in Baden-Baden in diesem Jahr, diese Angstenergie, die macht was mit uns. Und selbst wenn ich die von einem anderen Menschen bekomme, ich bin einfach energetisch abends total fertig gewesen. Also habe ich den Spieß rumgedreht. Ich habe gesagt, das mache ich doch mal anders. Ich versuche jetzt ein emotionelles Gebäude zu bauen, das den Patienten ermöglicht, diese Emotionen zumindest mal so weit runterzufahren, dass sie entspannt die Behandlung annehmen können. Und das ist mir auch gelungen. Und damit habe ich gemerkt, boah, ich bin abends gar nicht mehr so müde. Das hat richtige Auswirkungen. Und ich meine, du hast es ja selber schon erzählt im letzten Video, die Leute mögen es einfach, wenn man sich um sie kümmert, wenn man mit leichter Hand arbeitet und nicht einfach sagt, wir müssen jetzt den Kages da raus, sei es, kommen wir, was es wolle. Machen Sie mal den Mund auf und halten mal ruhig. Das kann man mit einem Menschen nicht machen. Es gibt Fälle, wo man verschiedene Sachen machen muss. So einen Eiterbeulen aufzuschneiden im Mund ist auch nicht schön. Und das tut dann schon mal weh. Das kann man dem Patienten aber auch sagen und nicht nach dem Motto, ach, das tut überhaupt nicht weh. Man muss mit dem Menschen ehrlich sein und muss eben halt versuchen, diese Emotionen, die man selber hat. Und ich kann als Behandler sagen, ich habe mehr Emotionen, jemandem wehzutun, wie der Patient vielleicht selber, weil ich einfach weiß, jetzt wird es wehtun. Aber wenn ich das kommuniziere, dann fahre ich den energetischen Level, diese eine Milliarde der Energieeinheit, fahre ich schon ein bisschen runter. Das heißt also, ich habe viel mehr Zugang zum Patient und wie du schon gesagt hast, viel mehr die Psyche ist mit involviert und das tut jedem gut, allem. Das ganze Behandlungsteam profitiert davon, natürlich auch der Patient. Und insofern, lasst uns die Psyche weiter beachten. Jetzt, wo wir uns offenbar zum Schluss bewegen, noch die Frage, hat schon mal jemand auf deine Annäherung gesagt, meine Emotionen geht sich gar nichts an? Ja, gibt es auch. Ja, gibt es auch. Ich habe in meiner Zeit, jetzt wie gesagt 40 Jahre Praxis, habe ich zwei gehabt, wobei der eine war gesteuert durch den Vater. Das war noch in der Zeit, wo ich noch in der Uniklinik war. Da wollte ich die Behandlung eigentlich ablehnen, aber der Vater hat gesagt, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Das war eine türkische Familie und der Junge hat seit Wochen Zahnweh, hat das aber nicht beachtet und am Wochenende war es dann nicht mehr zu halten. Er kam dann zu mir und er hat gesagt, der Zahn wird jetzt entfernt, ich mache da jetzt nicht mehr lange rum, aber sie geben ihm keine Spritze. Da habe ich gesagt, also das widerspricht aber total meinem, das wäre ihm egal, sonst würde er wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Okay, wir haben es dann, ich habe mit dem Chef gesprochen, der Vater, der sagte, ich halte seine Hand und Sie können sicher sein, er wird nichts machen. Er wird nichts zucken und gar nichts. Pass mal auf, du blöder Vater, dir bohnen wir jetzt mal zuerst ein Loch. Genau, genau, genau. Das war der erste Fall. Der zweite Fall war ein ganz normaler Fall. Ein junger Mann, ich weiß, so ungefähr Anfang 30, sollte einen Weisheitszahn entfernt bekommen. Wollte dann bei mir gemacht haben, der Weisheitszahn war schon da, also war keine Operation notwendig, den rauszuholen, aber es war ein nicht so einfacher Weisheitszahn und er sagte, ich brauche aber keine Spritze. Da habe ich gesagt, sind Sie sicher? Er sagt, ich möchte nicht, dass Sie mir eine Spritze geben. Das verlange ich von Ihnen. Ich kann das machen. Und da habe ich gedacht, okay, ich fange an, aber wenn ich merke, das geht nicht, dann höre ich auf. Er sagt, er ist einverstanden, das machen wir so. Den Deal machen wir. Und dann haben wir diesen Deal begonnen und der hat sich wirklich nicht gerührt. Der hat kurz vorher gesagt, ich muss mal ein paar Mal tief ein- und ausatmen und gehe in meine Meditation und dann können Sie mit mir mehr oder weniger machen, was Sie wollen. Und ich habe dem den Weisheitszahn entfernt, ohne dass der irgendetwas von sich gegeben hat. Und als wir dann fertig waren, habe ich dann gefragt, wie war es denn? Hat es dann wehgetan? Und er hat natürlich was gemerkt, aber er konnte mit seiner Meditation und mit seiner Atemtechnik das so weit runterfahren, dass er das ohne Spritze ausgehalten hat. Und der Mann hatte also eine Wundheilung vom Feinsten. Also das muss ich wirklich sagen. Also da, ja, Energie tut sich was und man sollte das nicht so einfach runterspielen, sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, genau wie die Liebe. Ja, wer kann Liebe erklären? Hallo? Stell mal bei den Temperaturen, bei dem Sauwetter jetzt hier bei uns, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Saarland, aber bei uns ist hier kalt, schon herbstlich, Regen. Du kannst Verliebte in Badeanzug, Badehose und Bikini unter den Baum stellen. Die können da, die können da knutschen. Die werden nicht krank, weil sie einfach in einer ganz anderen Energie sind. Jemand, der sich nur mit dem Thema Angst und Krankheit beschäftigt, der wird schon krank, bevor er noch draußen im Regen steht. Und insofern ist das also eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir diese Energie und diese Emotionen im Griff haben oder verstehen lernen. Bevor wir jetzt aufhören, hätte ich gern, dass du deine Kontaktdaten nochmal einblendest, über die man alle deine Bücher beziehen kann. Kommst du da jetzt schnell dran? Ja, ganz kurzer Moment. Das dauert nur einen kurzen Moment, dann komme ich da dran. In der Zwischenzeit sage ich zwei, drei Worte. Ich habe immer wieder Patienten, die sagen, ja, ich glaube nur das, was ich sehen kann. Ja, da bist du ja dann mit der Akupunktur bestens bedient, weil da gibt es jeden Tag drei neue Arbeiten, die belegen, wie vom Hinterhorn der Reiz dann Richtung da geht und so weiter und so fort. Ach, übrigens zum Thema, haben Sie schon mal Liebe gespürt? Ja, ja, ja. Hatten Sie die sehen können? Konnten Sie das sehen? Nein, konnte ich nicht. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier einen sehr einfachen Link. Ich habe den Kollegen etwas getreten, dass er diesen Link einfach gestaltet hat. Bitte unten einfach mal ein Bildschirmfoto machen oder so. Das kann jeder Einzelne eingeben und da gibt es auch ein, es gibt auch die Möglichkeit tatsächlich, sich beraten zu lassen. Das ist ja weltweit jetzt ohne ein Problem und ohne Einschränkung möglich, sofern man uns das Internet nicht gehabt. Danke dir, Dirk. Bitte sehr. Blendest du dich noch mal ein? Ja, klar. Ja. Dirk, ich danke dir so sehr für dieses Interview. Ich bin auch so dankbar, dass ich noch mal was lernen konnte von dir. Ist immer wieder sehr interessant. Wir sind ja aus zwei verschiedenen Fachrichtungen, aber man sieht hier auch, wie gut wir auch miteinander arbeiten können. Und vielleicht, vielleicht überlegen wir uns gleich, ich würde sehr gerne ein Video machen zum Thema Materialien und Unverträglichkeiten beim Zahnarzt und was der Zahnarzt euch empfiehlt, was ihr in verschiedenen Situationen machen könnt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr wichtig ist. Ich danke allen, die dabei waren, wenn euch das Video gefallen hat. Liken, teilen, abonnieren. Und dafür machen wir uns dann auch die Arbeit. Auf Wiedersehen, Dirk. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Beate, für die Möglichkeit. Euch allen, dass ihr dabei wart. Bis dann.